Die Pointenbad und Heizung GmbA vereint in sich seit 120 Jahren das Gespür für Schönes wie auch für innovative Energielösungen. Der Wohnkomfort wird hierdurch zum reinen Vergnügen, ökologische Nachhaltigkeitseffekte inklusive. Wir versuchen Lösungen zu finden, die dem Kunden maßgeschneidert sind, die genau zu seinem Gebäude, zu seiner Lebenssituation passen, die auch zu seinen Vorstellungen passen, was er finanziell anlegen kann. So schneidern wir für jeden Kunden ein eigenes Konzept. Stilsicher, zeitlos, frisch und voller Atmosphäre. In Sachen Badgestaltung ist die Kundenorientierung das A und O. Wir kreieren in enger Abstimmung mit Ihnen ein Badezimmer, das in seinem Dekor ganz nach Ihren Wünschen folgt. Auf diese Weise ist ein Bad nicht länger nur ein funktionaler Ort, sondern spiegelt Charakter, Lebenseinstellung und Individualität des jeweiligen Kunden wider. Sauberkeit ist für uns selbstverständlich. Unsere Mitarbeiter schützen Ihre vier Wände mit Überziehschuhen und Folien gegen den anfallenden Schmutz und entsorgen die ausgetauschten Teile sowie den angefallenen Bauschutt. Sparen Sie mit Päuten Energie und schonen Sie die Umwelt. Der Wärmemarkt hat mit rund 40 Prozent den größten Anteil am Energieverbrauch in Deutschland. Stetig steigende Energiekosten und den Verbrauch an fossilen Energien gilt es, möglichst schnell zu reduzieren. Allein in Deutschland sind noch rund zwei Millionen Heizungsanlagen in Betrieb, die älter als 25 Jahre sind. Durch den zeitnahen Austausch dieser Anlagen gegen hocheffiziente Brennwertkessel, Festbrennstoffkessel oder Werbepumpen in Kombination mit Solartechnik könnten Sie als Endverbraucher viel Energie und damit Heizkosten einsparen. Leisten Sie noch heute Ihren Beitrag und machen einen Termin mit unseren kompetenten Beratern. Als Profis im Handwerk dreht sich bei uns alles um den Kunden. 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr und das mit einem exzellenten Service und kompetenten Handwerkern. Wir haben im Bereich des Kundendienstes einen Tag- und Nacht-Service. Wir haben die Möglichkeit, dem Kunden auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten Termine anzubieten, sowohl für den Kundendienst als auch für Beratungen bezüglich Heizungsanlagen oder auch Komplettbädern. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, Kundendienstaufträge online zu buchen für Kunden, die uns also auch telefonisch nicht erreichen können. Die können im Internet Online-Termine bei uns buchen. Ich war mit der Firma Bolton sehr zufrieden. Sie waren freundlich, pünktlich, höflich. Und die Zusammenarbeit mit den anderen Firmen klappte Hand in Hand. Also ich kann nur sagen, ich bin mit der Firma sehr zufrieden und würde sie jederzeit weiterempfängen.